Manchmal frage ich mich, warum mache ich Politik? Auf dem Rad finde ich Ruhe und denke, was ist mir wichtig? Meine Familie, mein Zuhause. Die Schweiz ist einmalig. Wir werden von vielen beneidet. Für unseren Fleiss, unsere Qualität und für unseren Erfindergeist. Klar, die Schweiz ist nicht perfekt, aber fast. Ich habe ihr viel zu verdanken. Den früheren Generationen und den Menschen, die heute ihren Beitrag leisten. Aus Überzeugung. Ich bin sicher, sie machen es aus Liebe zur Schweiz. Ich habe ein Ziel. Ich will unsere liberale Tradition verteidigen. Die Freiheit des Einzelnen, Selbstverantwortung, Eigeninitiative, Föderalismus und Miliz. Darauf kommt es an. Daraus entsteht Solidarität. Das macht die Schweiz wirklich stark. Und ich weiss, das leben unsere Leute. Ihr Engagement beeindruckt mich. Ja, wir sind stark in den Kantonen und Gemeinden. Gerade dort vertraut man der FDP den Liberalen. Weil wir Verantwortung tragen und ehrliche Lösungen durchsetzen. Polemik und Missgunst bringen die Schweiz nicht weiter. Mit dem Willen zur echten Verantwortung kämpfen wir für liberale Werte. Fassen wir den Mut für ein Land in Bewegung. Machen Sie mit. Aus Liebe zur Schweiz. Aus Liebe zur Schweiz.